Hallo meine Freunde. Heute gibt es Prebranas. Sehr schön gebackene Bohnen. Einfach würzig und so lecker. Machen wir anfangen. Jetzt schneiden wir die Paprika. In Kernen und in Büffel schneiden. Mit Erwasch Öl in die Pfanne geben. Paprika und Zwiebel dazu ca. 7-8 Minuten anblasen. Paprika-Pulver, Tomatenmark und Bornegrau. Ca. 30 Sekunden mitblasen. Das ist Weißbohne aus Glas. Das habe ich schon gewaschen und abgetrocknet. Gemüse Brüche ablösen. Ein Prise Geiern. Und mit Weinstecker abbinden. Noch mit Salz und Pfeffelwürze. Und in die Form aufwütteln. Jetzt in den Ofen geben und gratinieren. Bis Light Crustle entsteht. Einfach 12-13 Minuten. Jetzt noch mit Petersilie besteuern. Voila. Wütsig. Leit der Kalamellote. Pikant. Sättigen. Einfach ein Rezept. Oder? Und so lecker. Vielen Dank, meine Zuschauer. Bis zum nächsten Mal.